Ja, sicherlich, Natur spielt immer eine Rolle. Wir können auch nicht gegen die Natur arbeiten. Es hat mit Sicherheit gewisse Veränderungen gegeben. Das Schlechte vergisst der Mensch ja recht aus. Man freut sich an und muss sich über jeden Tag, den man noch gesund verleben und erleben kann. Ich bin auch, meine persönliche Meinung ist, dass mit diesem Thema auch sehr viel Geld verdient wird und verdienen wollen einige.